hallo hallo kochen mit andrea ich wünsche euch ein schönes weihnachtsfest mit eurer familie und dann möchte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken dass ihr mich so zahlreich unterstützt habt dieses jahr und dass ich schon so toll viele abonnenten bekommen habe freue ich mich natürlich auch riesig drüber und dann über diese tollen kommentare unter meinen videos freue ich mich jedes mal die zu lesen finde ich richtig richtig klasse nochmal ein dickes 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 dankeschön dafür wie gesagt und ich freue mich immer wieder videos für euch zu drehen das macht mir riesigen spaß so werde ich das dann nächstes jahr weitermachen und ihr könnt mir ja einfach mal unter die kommentare schreiben was ihr vielleicht noch für videos sehen möchte dann kann ich das in meinem plan mit einbauen das wäre richtig richtig klasse und ich bedanke mich einfach nochmal riesig für eure tolle unterstützung das gibt mir ganz viel kraft und das finde ich richtig richtig klasse und somit mache ich nächstes jahr weiter mit dem verfilm ich hoffe ihr seid wieder dabei und dann wünsche ich euch noch ein schönes fest dann werden wir uns dann zwischen den jahren mit ein oder zwei videos wieder hören und dann noch einen schönen heiligen abend heute für euch bis zum nächsten video eure andrea tschüss 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 tschüss